Ja, damit begrüße ich euch zurück auf der Watkins-Gilang Langstrecke Touring Car 800 habt ihr gesehen und was soll man noch lange reden. Wir fahren wieder mit unserem Living Legend, unserem Porsche und rein ins Vergnügen. Wie immer fahren wir auf Mager. Und dann geht's es um den Schuh zu verraten. Die sind die Schuhmacht. Die Schuhmacht. Die Schuhmacht. Die Schuhmacht. Die Schuhmacht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Komm schon! Massencrash, da konnte ich jetzt nichts machen, dass wir den geküsst haben. Das Ganze hat uns auf Platz 11 katapultiert. Ja, danke, danke, dass ich eine Strafe dafür kriege. Super, 18. Die stellen sich quer und ich kriege die Strafe dafür. Super! Ich konnte gar nichts dafür, Mann! Ich war schon fast 1200 Kilometer mit dem Wagen hier gefahren. Irgendwie ist das mein Lieblingswagen geworden, der Porsche. Jetzt hört auf mit der Strafe. Scheiße hier in der Schikane. Kein Box schon wieder eine Strafe zu bekommen. Ah, ah, ah! Verdammt, verbremst! Aber sagen wir mal, fünfte Runde könnten die langsam in die Boxen fahren. Wir haben noch Sprit für 5,6 Runden. Das heißt, wir brauchen nicht in die Box. Da fahren die Ersten in die Box. Das heißt, wir brauchen nicht in die Boxen. Oh, der ist in die Box gewesen und trotzdem vor uns geblieben. Das war doch mal ein sauberes Überholmanöver. Das gefiel mir. Das gefiel mir. Herzliches Sonne. Die Boxen von Aerman. Das sind die Boxen von Aerman. Das sind die Boxen von Aerman. Aber schwöre. er geht ja ich wollte gerade sagen er geht in die box hat er mich veräppelt vierter sind wir im moment dritter das gibt strafe abkürzung vermutlich zumindest gehe ich von aus da habe ich zu viel gewollt kommt schon her und strafe nein versteht zwar nicht warum aber okay also warum nicht muss das eben echt wegen dem quäsch gewesen sein die strafe aber wie gesagt da konnten wir gar nichts für wir kommen um die kurven die stehen da ja da war nichts mehr mit reagieren war reagiert haben wir aber es ging nicht mehr in der zeit der die was wollten war jetzt war ich gerade um armaturenbretter schauen da wollte ich schon drei runden noch das war jetzt doofheit das war jetzt doofheit vom zweiten um vierten platz dadurch das war keine strafe keine strafe fürs abkürzen hier in dem rennen nur fürs richtige crashen okay er fährt in die box sind wir wieder zweiter momentan sind wir wieder zweiter momentan in der vorletzten runde hat man hier eben die scheiße nicht gebaut werden wir jetzt glaube ich erster hinter uns ist ja auch einer der uns den zweiten platz streitig machen will beziehungsweise den ersten den haben wir nämlich gerade geholt so letzte runde die noch fehlerfrei durchziehen womit ich auch meine vor den zwei bleiben so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020